Was geht meine Freunde? Heute spielen wir das Level von Zombay. Es wurde so oft vorgeschlagen, wir machen es und ich würde sagen, lasst uns wieder direkt ins Spiel gehen. Auf geht's! Coin Kick Canyon heißt das gute Stück von Zombay selbst erbaut. Ich habe mir nichts angeguckt dazu, ich habe nur oft die Nachricht bekommen, dass ich es machen soll und es hat eine 0,71er Rate und das bedeutet, es soll schwer sein und deswegen machen wir es jetzt mal. Sammle mindestens 50 Münzen oder reiche das Ziel. Alles klärchen, Puppertzchen, das sollte ich doch schaffen. So, okay, okay. Was? Da hat er sofort, er hat mich sofort gekriegt, ey. Okay, das geht. Ja, komm, er fliegt noch weg hier. Oh Gott, ich will ihn haben. Ich brauche Münzen. Creator Code Tommy, einfach eingeben, einfach bestätigen, Kuss gehen raus, okay. Da oben. Okay, muss ich die Münze mir so holen, immer mit diesen Galumbas oder wie die heißen. So, weiterer Versuch, ab geht's. Ah, Gott ey. Es geht heute gut los, ich bin noch energiegeladen, ich freue mich richtig auf den Part heute. Okay, kann man da rauf aufs Rohr? Oh, was für ein geiler. Oh, was? Ey, das war ein heftiger hier nochmal Slow-Motion-Wiederholung. Was ist hier? Guck mal, da gibt's Applaus. Muss ich hier hin? Da ist auch eine 10er Münze. Bestimmt, wenn es genau 50 Münzen gibt, dann ist das richtig frech. Also, das war sehr schwächer, aber das ist richtig... Nein! Nein! Oh Gott, ich sehe ihn zappeln. Das krieg ich nie wieder hin, diesen Sprung. Nie wieder. Komm, 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 komm. Ja, ich krieg's nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Ich geh nicht weiter, ich will diese Münze da oben haben. Der nächste... Ey, der Part fängt gerade an, ich bin keine zwei Meter gelaufen. Das ist er! Ich muss weiter links, Mann. Ich lerne auch nicht dazu. Nein! 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 Oh Gott! Oh, ich dachte, ich bin drauf. Drauf da! Und drauf da! Geil! Ich hab's geschafft, Leute. Erst... First try. Erster Versuch, genau. Nein! Nein! Nein, komm doch mal her, kleiner Pilzi. Wer braucht einen Pilz? Pilz ist für Noobs! Oh! Nein! Oh, ey! Nein! Zack! Zumbe, komm! Ich besieg dich! Hey, ich bin so ne fucking Lachnummer heute. Diese Kante da oben! Ja, Mann! So muss das sein! Ja, Mann! Ich hab's geschafft! Okay, warte... Oh nein! Ich bin so hektisch! Die Münze! Die Münze! Nein! Oh! Egal. Ich scheiß auf die Münze. Ich geh nicht weiter. Ich will dieses... Diese Münze, Mann! Uh! Scheiß auf die Münze. Die da oben. Zack. Ich hoffe, er hat mehr als 50 eingebaut. Dann... Dann kann ich's schaffen. Hä? Ich bin einfach raufgesprungen. Ich muss gar nicht den Double Jump machen. Ja, okay. Dann mach ich's... Dann mach ich's richtig. Dann, wenn man's nicht will, dann schafft man's. Zack, Münzen. Guck mal, wie viel man kriegt. Oh! Ich bin so schlecht heute! Ich bin so schlecht! Ich will ja nicht nur hier festhängen. Und ich mach jetzt schon über 10 Minuten. Okay, zack. Ich fang ihn wieder auf. Rauf. Zack. Vielleicht zappelt er bestimmt. Nein, nein, nein. Das mach ich nicht. Okay, da die Münze. Zack. Nein! Den brauch ich doch bestimmt. Oder? Ja! Das war richtig. Okay, den brauch ich bestimmt auch. Oh Gott, wie soll man das denn? Okay, ich hab's geschafft. Egal wie. Und da ist der neue Pilz. Nice. Nein, nein, nein. Den brauch ich. Oh Gott, da oben sind doch noch... Ja, der... Was? Ja, okay. Nein, ich wollte doch spinnen. Ich wollte spinnen. Ist hier oben noch ein Secret? Bitte gib mir ein Secret oder so. Irgendwas. Ich hab nur 31 Münzen. Das ist bestimmt zu wenig. Ich hab so viele... Ich hab zu wenig Münzen. Das ist bestimmt der Endpost hier. Wie soll ich den denn besiegen? Der... Der Powerblock. Okay, der Powerblock. Der Powerblock. Zack. Da ist der Schlüssel. Ja, warte mal. Ich muss jetzt aber... Ich komm da nicht ran. Ah, okay, okay, okay. Ja, rüber da. Nein! Woah, woah. Woah, diese... Alter, ist sie krass. Nein, jetzt kommt sie zurück. Sie kommt. Powerblock, Powerblock. Keine Chance. Geil. Rein da. Mit dem Rein da. Zack. Geschafft. Geil. Zombies Map geschafft. Knackig. Grüße gehen raus, falls du das siehst. Geile Map auf jeden Fall hat mir Spaß gemacht. Auf zur nächsten. So, Spookys Albtraum von meinem guten YouTube Kollegen Spooky. Grüße gehen raus. Der hat diese Map gebaut. Auch, ich sag mal, eine Abschlussrate von 1,96. Auch nicht so knackig. Also auch ziemlich schwer. Okay. Man ist ja nicht unter Druck. Zeitlimit ist in Ordnung. Okay. Okay. Spooky. Was hast du getan? Digga, alles voll. Oh Gott, wie viele sind da gestorben. Was ist da noch? Was lauert da alles auf mich, ey? Es ist wahrscheinlich alles voll. Oder ist hier ein Loch? Okay. Da ist kein Loch. Okay. Da ist ein Pilz. Okay. Was? Da kommt ja aus jeder Lücke, aus jeder Naht, kommt was rausgeplatzt. Okay. Ganz ruhig. Lass ihn erstmal zu mir kommen. Ich glaube, das ist die richtige Taktik. Okay. Da kommt nämlich gleich einer raus. An den Schlüssel musste ich. Wenn ich da wieder runterfall, dann war es das... Ja. Toll. Ja. Ganz toll. Okay. 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 So kann man ihn kriegen. Okay. So stört man aber auch. Die Geister dürfen nicht rauskommen. Wenn die Geister draußen sind, ist es vorbei. Ganz ruhig. Pilz zu mir. Zweite Ebene. Rein da. Okay. Da kann ich noch rein. Wohl, kann ich so springen? Ich kann doch so springen. Ja. Nein. Da kommen ja auch welche raus. Wie eklig. Was ist hier? Gehen wir einen One-Up. Ja, ganz toll. Was bringt der mir? So. Jetzt geht's ab. Jetzt bin ich mal gespannt, was noch kommt. Oh Gott. Oh Gott. Feuerbälle. Feuerbälle. Okay. Rohr. Will ich mal ins Rohr? Ja, ich geh mal ins Rohr. Kann ich in jedes Rohr wahrscheinlich rein? Und jedes Rohr führt in den Tod, oder? Kann ich da wieder rein? Ja, okay. Ich kann wieder hoch. Geil. Okay. Ich glaube, ich muss durch. Ich glaube... Nein. Das ist, glaube ich, scheiße. Das ist, glaube ich, kacke. Moin. Moin, Männers. Oh, fein. Nein. Ich hab's schon wieder verplant, dass die da kommen. Immer schön an der Kante hocken. An der Kante ausweichen. So wird's gemacht. Ich hab's durch. Oh, ja. Oh. Nein, ich wollt grad hoch. Ich wollte mal ausweichen. Ich bin so dumm. Ja, gut. Schon wieder hab ich das verplant, Alter. Nur Waschlappen gehen hier mit dem Pilz rein. Ich krieg das als kleiner Luigi hin. Nein. Denk an die zwei Geister. Denk an die zwei Geister. Denk an die zwei Geister. Ja, ich habe dran gedacht. Nein, da kommt der Pisser. So schnell da oben in die Röhre. Ich glaube, ich muss hinten hoch. Da rein. Das muss richtig sein. Ja, okay. Da brauche ich den Schlüssel für. Oh, was kommt jetzt noch? Ich habe Angst. Bitte, lass das gut sein. Was? Was passiert hier? 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 Ziel! 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 Alter! Alter, wie knapp das war. Da fehlt noch ein Millimeter. Ich habe es geschafft. Ey, meine Fresse. Das Ende. Ich habe schon gezuckt. Mein ganzer Körper ist schon am Zittern. So, ihr lieben Menschen. Heute nur zwei Maps, weil, wie gesagt, ich habe für Zombies Map einfach zu lange gebraucht. Wenn ihr bis zum nächsten Mal 3.000 Daumen nach oben schafft, dann verspreche ich euch, dass ich wieder drei Maps mache, weil, Leute, dieses Schneiden und so, das ist echt viel Arbeit. Aber ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo. cumin. Plach!